Moin Leute, herzlich willkommen zu Lukanlatter, ein neues Video zu Boss Malatter 4, ein neuestem Teil, das gerade frisch rausgekommen ist. Und das ist, ich habe schon wieder Blödsinn gemacht. Das ist das erste Teil und ab 300 Aufrufen kommt dann das zweite Teil. Deswegen, wenn ihr Pusht dann kommt dann gleich sofort das zweite Teil. Aber ich muss erst mal noch eine Aufnahme machen. Deswegen, so Leute, herzlich willkommen zu Lukanlatter, ein neues Video Gaming. Und das ist, lass ein Like da, schreibt in die Kommentare, herzlich willkommen. Dankeschön. Und das ist jetzt das erste Teil. Auf jeden Fall, ich habe 120 Gramm Haar gefahren, ganze Zeit, alle Clips. Und auf einmal habe ich voll in die Ecke reingefahren. Heißt zum Beispiel, das ist... So, ich wollte noch mal was sagen. Und das ist, ihr könnt jetzt auch mal mir gerne in die Kommentare schreiben, wer ich auch mal in meinen Videos Untertiteln anmachen sollte. Das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Dankeschön für's Zuschauen. Auf Wiedersehen. Jetzt ist so Ecke und ich habe voll so reingefahren. Und dann ist das komplett getrifft, äh, ja, Salto-Gumma. Und das ist einfach so brutal. Und, ähm, ja, eine Sekunde. So, auf jeden Fall, ich habe dann einfach in Salto-Gumma mit 120, 30 kmh. Und der ist komplett weggeflogen. Deswegen, lass einen Like, schreib in die Kommentare. Und er hier wollte auch sowas sagen. Und das ist, lass einen Like, schreib in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf jeden Fall, das hat er halt gesagt, nicht ich. Auf jeden Fall, äh, das ist einfach so brutal. Ich mag diesen Spielen. Ich finde das einfach sowas von cool. Und, ähm, das ist jetzt der erste Teil. Dann habt ihr mir gemacht, dass ihr genossen habt. Lass einen Like, schreib in die Kommentare. Und ihr könnt auch auf den zweiten Teil freuen. Und noch mehr Teile. Dankeschön für's Zuschauen. Lass uns, Like, schreib in die Kommentare. Ihr könnt mich schon gerne jetzt abonnieren. Danke. Tschüss. Peace. Ebtos.